Junge, da sollt ihr nur um fünf Münzen spielen, wie unnötig. Okay, das geht zum Glück relativ schnell. Stop! Ja, ähm, ich korrigiere mich mit dem, das geht ziemlich schnell. Lassen sich aber auch Zeit, bis ihr da mal abspringt, ne? Ja. Also ganz ehrlich, eigentlich müsste man beiden den Sieg aberkennen. So, haben wir es dann auch mal geschafft. Ich habe keine Ahnung, ob ich noch zum Stern komme. Das wäre auf jeden Fall wichtig. Jetzt erst mal... Oh, 1 gegen 3 min geben. Muss ich gewinnen. Ganz wichtig. Okay, das ist noch ein Minz-Game. Stopp! So, ich stelle natürlich direkt auf den zu. Ah, ich habe ganz genau verpasst. Zitzen! Ah! Ah! Das verstehe ich jetzt nicht. Warum setzt sie sich selbst in Schreiger-Glücksspiel? Habe ich die Hoffnung so an den Minestern zukommen oder wie? Start! Das war dumm. Ach stimmt, jetzt ist sie auch nochmal mit Würfeln dran. Hm, sie kommt auf ein Fragezeichenfeld. Ok, ich glaub den alten Stern bekommt sie. Ach komm, ernsthaft. Achso, gut, Peter, keine Münzen, gut. Glück gehabt. Wow, eine 3. Oh ja! Oh ja! Okay. Genau. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay, sind wir also wieder hier, beim Versteckspiel. Okay, ich geh hinter den Busch. Okay, der Fisch ist da schon mal weg. Ich bleib beim Busch. Okay, jetzt muss ich Yoshi das packen. Okay, egal. Okay, ich bleib beim Busch. 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 Oh, 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 oh. Oh, okay. Was für ein Scan. Wie ging das nochmal? Ach so der Kerl, ja das schaue ich nicht. Ich hasse dieses Minigame. Okay, Konzentration. Vielleicht schaue ich mal was hier. Irgendwie viele Blöcke kommen denn da? Das kann man jetzt verkack ich wieder. Nein, nein! Oh Gott. Es ist nicht ganz so schlecht wie die letzten Male, aber bleibt auch nicht gut. Immerhin Platz 2 dieses Mal. Eine deutliche Steigerung zu den letzten Plätzen bei den letzten Malen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Jetzt sollte ich da k segne die Mythos zusammen. K Buttigaja. Oh Gott. Das war's für heute. Okay, dann ist gut, dass er nicht aufs Ereignisfeld geht. Nicht, dass er sich den Stern noch holt, weil dann wäre ich am Arsch. Okay. Oh, das war einfach. Oh, das war einfach. Ich glaub schon, ne? Ich tue, mehr als 6 geht ja nicht, weil sie nicht mehr als 6 hat. Okay, was war das nochmal? Oh. Okay. Wenn ich wenigstens wieder an Leid bin, wieso bin ich jetzt immer auf dem kurzen Ende? Ich hasse das kurze Ende. Ja. Junge, hör auf. Boah, ich dachte schon. Das hätte mir jetzt auch noch gefehlt. Dass der auch noch einen Stern bekommt. Ja, das wird's jetzt echt mal bringen. Wenn ich jetzt direkt vor ihm spawne, dann heulich. Okay, da dürfte eigentlich keiner mehr drankommen. Weil's jetzt der letzte Zug von Yoshi ist. Oh Gott, jetzt kommt der noch mal auf Chance-Time. Ich heule. Hab Angst. Chance-Time! Okay, Glück gehabt, dass ich keine Sterne hab. Ich war ja so ausgerastet, wenn ich jetzt Sterne gehabt hätte, ne? So, letztes Minigame. Okay, das war's. Ah, die Bohnensteine müssen es jetzt für mich regeln. Sehr schön. Bitte nicht an Yoshi, sonst bin ich im Arsch. Okay. Jetzt haben wir, glaube ich, zu dritt zwei Sterne. Und da ich den meisten Müssen habe, müsste ich so gerade eben gewonnen haben. Boah, das war mal wieder sehr knapp. Aber wir haben es geschafft. Ich werde bestimmt nur der B oder C ran. Aber egal. Ich habe schon gewonnen. Ich hätte nicht gedacht, dass irgendjemand so weit käme. Ja, doch, ich gebe ihr das Mutsternchen. War ja klar. Ich bin der Beste. Und wenn man dann bald alle Charaktere durchgehen, die ich im Duell spielen kann. Gefühlt schon, oder? Ja gut, der Dialog ist immer der gleiche. Wenn wir mal Sternchen geben, dann kommt jemand raus, sagt, ich bin stärker als du, weiser als du, mutiger als du und und und. Dann prügeln die sich fast. Und dann geht's zum Spielbrett. Das gibt's dann in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.